was brauchst du denn 200 von dem was du da ist eigentlich gar nichts aber ich kaufe ja ich kann noch was umstellen also ich hätte noch stahl ich habe klar nö nö passt passt ich hab mein Zeug ich kann da mit dem kleinen mit dem kleinen Schifflein da nicht so viel kaum na klar na klar du brauchst gerade nix ne also hast du nix ne ich bin gerade eigentlich relativ stabil aufgestellt also würde ich jetzt so behaupten zumindest würdest du behaupten so tut mir leid theater du musst warten ich habe hier gerade ein wahrenhaus das ganz dringend da krieg braucht es so und bei meinen bei meinen singe player sehr viel besser funktioniert aber da war ich ja schon eingeübt vom Multiplayer ich hab halt echt Null Money warte mal Fins in the Sea traveling curves komm jetzt ihr alle und ne ihr nicht weil euch brauche ich noch nämlich für äh Bier also das ist so krass die Hopfenfarm ist ja so extrem langsam also die macht es ja so furchtbar langsam das ganze das ganze den ganzen Hopfen da ist Hopfen und Malz verloren ha 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 someone once told me they didn't like my work ha 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 ja kommst wieder nach hause ihr seid ing dinge es wäre richtig nicht zu viel Geld ich hoffe das jetzt kommt die Zeitung da kann ich kein Geld ich kann 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 ja äh editieren von der Zeitung verbraucht auch Einfluss ja ich hab genug Einfluss eigentlich ok aber ich 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 hab's verpeilt na egal ich hab so weißt du ich hab bei diesen den Eindruck dass du einfach durchgehend die äh Zeitung so ach komm pff ne ne ich äh ähm benutzt die schon ziemlich gut aber ja ja aber ich meine dass du dass du sie immer editierst und nicht ähm ähm ach so ja 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 es sei denn die äh bringen auch Gutes raus ne es sei denn es kommen nur gute Nachrichten genau ja einmal äh ähm das war echt lustig äh da war die Zeitung voller schlechter Nachricht und die wollte ich auch editieren und ich hatte aber keinen Einfluss mehr und dann musste ich halt alles miese ähm äh äh ja publik machen aber das fanden alle alle cool weil ich die Wahrheit gesagt hab ja weil du halt ehrlich bist so äh vor allem die Princess Queen steht da total drauf ja genau genau ja soo was ist eigentlich hier ich das Problem ich check das irgendwie nicht so ganz Die Dosierung stimmt so, wie es aussieht, aber die... Hat eigentlich jemand noch eine Quest? Das wäre mal ganz gut. Was soll ich sagen? Ist das nicht verpflichtend, dass du die Dosierung an den Kosmosen verbringst? Willst du die Türen an den Kosmosen bringen? Es ist nichts wie Türen. ich wollte doch nur irgendwie ein Foto schießen und dafür 20.000 bekommen ich hab das finde ich nicht so geil das ist wirklich eine gute Quest komm mach mal eben so einen richtigen einfachen Müll für mich und du kriegst dafür ultra viel Geld klar, logisch, ja ich tümpel halt immer um Null rum, das ist echt lächerlich gerade das ist echt komisch aber was noch komischer ist, dass die Leute sich über die Pollution beschweren aber es gibt gar keine Pollution mehr die sind voll weit weg jetzt wahrscheinlich wegen der zweiten Stadt ach komm, die sind doch dämlich warte mal dann reise ich die zweite Stadt ab und mache hier einfach eine weitere Stadt meine Güte ist mir doch wurschti, wurschti so, dann geht es hier weiter äh, machen wir mal so dann wird das da die Farmer stoppt dann brauche ich hier wahrscheinlich wieder ännu ... drücke ich dahin emhmm ... ein Pub kommt Es ist schwer für dich in meiner Vision zu reißen oh go »Armor« Okay Don't wait your effort We're dead already Canned food storage Yeah, good, this is okay It's important to be true to oneself So We're in Clover So, und dann werdet ihr mal hier abgerissen Und zwar komplett Ich hab gerade über die ganze Stadt hier oben Ähm, halt So, das Abriss-Ding gespannt Und was passiert Zwei Bäume sind abgerissen worden Schleu Tja Oh, are you serious? Wegen dem blöden kleinen Hügel Kann ich jetzt hier nicht bauen, oder was? Ey, nur weil ich dieses Vince-Ding nicht gesehen Oh, scheiße, das ist aber echt schlecht Was denn? Der Spot ist dann richtig schlecht für die Stadt eigentlich Stirb jetzt, blödes Haus Ja Ich will dich da nicht So, jetzt habe ich minus 300 Farmer Minus 300? Ja Okay, praktisch Kling, klingt cool Ja Da ist die, die Stadt, die ich gerade neu aufgebaut habe Doppelt zu groß, aber Die müssen sich noch, äh, fortpflanzen Ah Hm, das ist nicht ganz so gut Warte mal Dann Ja, jetzt, äh, geht's langsam wieder hoch Ich hätte warten sollen Na gut, aber noch geht's Das Ding ist, in die Richtung macht das Ganze eigentlich keinen Sinn Hm Oder weniger Na ja, egal Muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ich hier habe Na Das wird schon Also dann downgrade ich mal paar von meinen Arbeitern Da habe ich eh genug Die geben Zehn Hm Da haben wir sie ja voll viele downgrade Na ja, das wird schon So Wie kannst du was sagen? Kann ich dir helfen? Nein, kannst du nicht? Du? Kannst natürlich auch nichts Du? Mein Leben ist mein Prisum Mein Leben ist mein Prisum, ja Cool Charming, Charming So, jetzt, ja, jetzt bin ich natürlich wieder negativ Oh Gott Da muss man echt auffassen Aber ich, ich kann bei der Expedition auch, äh, nix, äh, dran ändern Kann man irgendwie, ähm, wenn man's, äh, wenn man das Schiff zum Beispiel, ähm, order your ship to move to another session Es ist dann, äh, diese Expedition Die Expedition unten ist Nee, tour another session bedeutet nur in die andere Welt So, ja, brauche ich nicht Die ist ja aber, glaube ich, auch erst finden Ja, genau Das ist echt komisch mit der Expedition Aber egal So, jetzt geht die, äh, gehen die Farmen hoch in die Decke So, jetzt geht die, äh, gehen die Farmer hoch in die Decke Sehr schön Es ist nicht so viel draußen zu sehen. Man hat wenig Zeit für Homesieken. Obwohl ich meine Bilder in meinem Lockett behalte. Hmm. Besser. Game saved. Jetzt habe ich hier ja wieder Platz, das ist ja wunderbar. Wirklich? Fisch? Ich glaube, ich baue meine Fischer jetzt alle irgendwo anders hin, ey. Ich habe da langsam keine Luft mehr rauf, Mensch. Ja, vor allem blocken die mir halt volle Kanne meinen Hafen auf Dauer, weißt du? Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich... Ja, okay, jetzt geht's wieder langsam hoch. Hoch, das ist doch gut. Jetzt hören wir noch nichts. Fill your duties with heavy. Can you share my burden? Neue Quest? Oh, ich... Oh. Okay, die... die neue Quest von der ist in der neuen Welt. Ja, sorry, die kann ich nicht nehmen. Ah, sie hat mir auch eine Quest angeboten. Was ist das? Wie ist sie? Ach, keinen Innenfood. Hast du die Quest abgelehnt? Ja. Hat sie sie, äh, sie jetzt dir gegeben? Das mit dem, äh, Dingsfutter da? Ja, mit dem Dosenfutter, ja. Ja. Hihihi. Wie geht's euch eigentlich? Oh, ihr wollt Alkohol? Bekommt ihr nicht. Ja, ihr habt einen Papp. Freut euch damit. Wie jetzt? Euch reicht ein Puff nicht? Ihr wollt jetzt, ihr wollt jetzt auch noch, auch noch was zu trinken? Wie ein Puff. Die haben keinen Puff. Ah, warte mal. Hier hab ich, äh, zu wenig Klamotten, oder? Ja. Und da drüben hab ich zu viele Klamotten. Das ist ja wunderbar. Ähm, hier, du. Jetzt, jetzt nochmal Klamotis ein. Wo sind die? Da. Und nicht 50, sondern so. 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 Hm. So. Ich warte jetzt einfach. Und trinkt was. Tui, tui, tui. Ich fühle mich unverfüßt. Wir sind weg von Gabby. Und ich habe plötzlich weniger. Hast du gerade was bei der Expedition gemacht? Nö. Die Expedition braucht ja keine... Ja, aber da ist es mir jetzt aufgefallen, vielleicht war es auch nur zufällig, dass wenn man bei der Expedition irgendwas falsch gemacht hat, dass dann plötzlich zuhause auch minus... Du hast eine strange Fragrance. Also... Ich weiß nicht, ob das... Ja. Keine Arbeit. Okay. Komisch. Hm. Alter. Ich hatte... Ähm... Kannst du... Entschuldigung... Fenster... Kannst du damit bitte... Auf... Ah, jetzt. Was denn? Bei mir hat er gerade die ganze Zeit so eine komische Markierung gemacht. Mhm. Ich dachte mir so... Entschuldigung... Kannst du bitte damit aufhören? Ja. 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 Jetzt kann ich... Ich kann das verkaufen. Mhm. So. Könnt ihr bitte Kinder kriegen jetzt langsam. Das wäre cool. Haha. Naja, dann... Dann dürfen die nicht so viel arbeiten, ne? Die arbeiten nicht so viel. Also... Wenn du noch was brauchst, ich habe gerade ziemlich viel zum Verkaufen. Okay. Ich kann gleich mal gucken, ob ich bei dir vorbeischau. Ja. Wenigstens bin ich wieder bei Plus 270. Wenigstens. So. Ende. Genug Straßen aus Stein gebaut. Ich prob wieder Lehm. Ja, ich habe Lehm. Hast du? Ja, ja. Sehr gut. Aber ich habe halt voll Gegenwind, ne? Unpraktisch. Ja, ihr hättet gerne ein Theater. Ich glaub's auch. Pff. So. Ja, sorry Leute, Bier gibt's nicht. Was ist Bier? Was ist das? Was ist das? Das ist das Outer Ocean. Far from what is known. So. Competitors have reached a trade agreement. Ja, cool. Schnaps geht jetzt auch nach oben. Das ist doch schön. Ah, da ist mein Schiff. Slow. Slow. So. Ach, ja. Wir haben gerade irgendwie keinen besonders hohen Unterhaltungsfaktor für das LP, habe ich das Gefühl. Wir, äh, sind gerade beide so voll ins Spiel vertieft. Warte, warte. Du willst hier vorbei, das geht aber nicht. Seeblockade. Mach doch, deine Schiffe fahren eh gleich aus dem Weg. Ja. Hey, nicht dahin. Nicht dahin. Ich verfolge dich. Ich kann auch selber mit dem Flaggschiff kommen. Haha. Ja. Ja, ja. 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 Ja, bloody blood boil. Jetzt, äh, komm mal wieder runter. Du hörst die Maschinen gar nicht. Die sind da ganz am Arsch der Welt. Oh, Mann. Mal gucken, ob das schon reicht. Oh, da brauchst du mehr? So, warte kurz, ich muss einmal kurz, äh, ich hab, hab gerade, äh, gar nicht bei deinem Handel geguckt. Achso, ja. Ja, komm, warte mal. Ups. Ich hab das Schiff vorhin gar nicht abgeladen. Ähm. Mal gucken, wenn du, wenn du immer noch das da bietest. Ja, sehr gut, weil dann kaufe ich davon. Einfach alles. Das sind dann schon mal 340. Das ist schon mal richtig viel Geld. Ja, cool. Und dann fahr ich jetzt zurück und lade das diesmal auch aus. Was hast du gekauft? Ähm, Eisen. Ah. Also, Roheisen. Ja, davon hab ich echt genug. Much to be thankful. So. Ah, Fishpaw, he smells good. So. Ah. Hm. Ah, Fishpaw, he smells good. Das sieht wirklich schön aus, so. So. Und... Also, diese Kuhfarmen zum Beispiel finde ich den richten Kack. Die finde ich ja... Ja, Kuhfarmen. Oder... Keine Ahnung. Irgendwas anderes farmen. Was du brauchst für... Deine... Für das Paprikadosenfutter-Dings. Ja, ja, ja. Oh. Oh, eins. Zwei. Drei. Vier. Drei. So. Sieht doch schön aus hier. So. Dann schauen wir mal, wie es hier mit den Hauptfinden aussieht. Da sieht es schon mal ganz gut aus. Die Arbeiter müssen auch mal wieder arbeiten. Das gibt ja mal gar nicht. Oh, Schöp. Kein Geld. Das gibt mir gar nicht. Hahaha. Hey, brauchst du noch raus? Nicht schon. Gerade eher nicht so. Nee, nee, alles gut. Alles gut. Ich brauche nur ein paar Nutz. Dann habe ich es wieder. So. ja ich er habe gerade festgestellt dass ich eigentlich einfach nur das teuerste gekauft habe was ich bei dir gefunden habe ja es ist richtig teuer und überhaupt nicht brauchen kann echt jetzt ich habe selber mein Lager ist komplett voll ja hättest du Stahl gebraucht oder womit hast du es verwechselt ne ne ich habe einfach nur irgendwas teures gekauft naja hättest du auch Glas kaufen können das war noch teurer das kostet 180.000. Verkaufst du Glas? Ja. Aber du verkaufst dieses Glas ich brauche eigentlich das nächste Glas ja ein Fenster kann ich auch verkaufen dann verkauf mal Fenster weil mit Glas alleine kann ich nicht so viel anfangen wie viel brauchst du? keine Ahnung ein bisschen was mehr als eins oh guck mal da kriegst du richtig Asche von mir warte dann verkauf ich... 342 pro Ding uja ok dann verkauf ich äh 23 passt ja ich habe schon 28 ach so oh du bist ja schon da ok ja ja ich kann nur nochmal welche kaufen wenn du willst ne muss nicht ist alles gut die habe ich gesehen sie gehen mir gerade auch aus ja so dann hast du jetzt wieder ein bisschen Geld danke ja das Ding ist ich habe halt echt so viel Geld gerade das ist wirklich krass also ich habe Geld sorgen habe ich keine jetzt schenkt mir der Typ auch noch 8000 Geld geil pfff alter der hat... jetzt krieg ich auch noch nachgeworfen weiße ich bin wirtschaftlich so stark und jetzt krieg ich auch noch Geld nachgeschmissen der hat mir gerade ähm ähm wie viel geschenkt der hat mir glaube ich gerade ähm 3000 oder so geschenkt und dir schenkt er 8000 du brauchst es nicht aber ich brauch es wunderschönen so Alter ich brauch schon wieder